Hallo und herzlich willkommen zu grausig gemeinsam durchgelitten. Das Leid hat jetzt einen, ja, ist jetzt wirklich ernst zu nehmen. Wir sind eben mit 4400 Seelen knapp gestorben. Es tut mir leid an die Zuschauer da draußen. Ach, die haben hier einen Spaß, glaube ich. Ich glaube auch. Also uns macht es natürlich immer noch Spaß. Wir sind gerade natürlich, also ich, vor allem gerade komplett schockiert, diese 4000 schönen Seelen. Ja, aber das ist halt, das gehört dazu. Natürlich, also da sieht man schon der erste richtige Dark Souls-Moment mal wieder. Man hat unglaublich viele Seelen und man stirbt. Und ja, was soll man machen? Wir kriegen diese Seelen schon wieder rein, so ist es noch nicht. Wir haben auch gerade schon überlegt, dass wir vielleicht diese ganzen kleinen Kretschen sehen uns mal nehmen sollten und uns einfach ein bisschen leveln sollten. Aber ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen damit. Weil, noch geht's ja. Wenn wir uns ein bisschen nicht zu doof anstellen, dann geht das. Das Einzige, was mir langsam wirklich bedenklich erscheint, ist unsere Lebensanzeige. Wir sind schon so oft gestorben. Ähm, dass das unser Leben, glaube ich, ist nur noch bei 55% oder irgendwas. Ich habe die Vermutung, dass der Lebensweil wirklich mit jedem Tod um 5% sinkt. Das würde ich jetzt Sinn machen, glaube ich, so, ob wir wissen, wie es jetzt gestorben ist. Ich glaube, guck mal, allein dieser Weg bringt schon so viele Seelen. Wir haben schon wieder tausend Seelen fast. Also, ja, warum wir uns überhaupt Sorgen machen um die Seelen, ist der... Ach, guck mal, da hinten läuft der hoch jetzt. Jetzt läuft der da lang, kommt der hoch, ganz in Ruhe. Und dann kommt die Wurzel hoch. Ich gehe mal hier ins bessere Kampf-Terrain. Ja, der Grund, warum wir uns überhaupt Sorgen machen, weil ihr werdet ja sicher zu Recht sagen, naja, dann macht doch das Gewicht einfach ein paar Mal, dann habt ihr die Seelen. Das Problem ist, wenn man zehnmal die Gegner besiegt hat... Ich sehe die oft als tot, weil die Leiste leer ist und dann... Immer so oft draufklappen, bis sie tot sind. Genau. Wenn man die Gegner zehnmal besiegt hat, dann tauchen sie nicht wieder auf. Ja. Deshalb kann man nicht einfach sagen, na gut, mein Gott, dann haben wir sie halt verloren. Farben war halt wieder neu und das ist halt so, ja, schlecht zu machen. Wir haben jetzt erst mal beschlossen. Ja, sehr geil. Super. Und dann ist die Versicht. Was? Boah, 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 boah. Holy... Die Granate ist in dieser Zeit viel, viel schlimmer, habe ich das Gefühl. Das wohl ist wirklich jeder Schlag hat uns gerade töten, weil wir so wenig Leben haben. Alter. Wo kommen wir hier? Achso, da kommt noch einer her. Aber von hinten muss er eigentlich auch noch einer kommen. Naja, nee, der... Das kann er dann immer einer noch von hier und wir haben sie mal gefragt, wo der herkommt. Das steht dann schon, dass wir wirklich nochmal einen Punkt und auf die Vergeschädigkeit haben, dann töten wir den Fett mit drei Schläger und statt zu nochmal den letzten Schlag. Die Kinder, eins, zwei und drei. Noah! Oh! Nein! Shit, nein! Jetzt geht's los! Jetzt fängt's an! Jetzt verzweifeln wir lang. Vor Schreck um seine Waffe reingerollt. Das war, glaube ich, ein Fass, was du einfach nur zerrollt hattest. Echt? Ja. Ich glaube, das war gar nichts. Ja, da unten sind ja auch keine Gegner. Wo soll der herkommen? Ah, ich sehe die Szenen hier einfach mal auf dem Bildschirm. Deswegen, das war gar nichts. Es war nur ein Fass, glaube ich, fast zersplittert ist. Und da, der letzte Schlag. Ah! Ja, noch dieses Heidelitter-Schwerd. Ach, nee, das ist noch ein Stärkepunkt. Ja. Jetzt habe ich diese Szenen nochmal einsam und dann würde ich uns einfach mal zurück teleportieren. Ja. Dass wir vielleicht jedenfalls einen Punkt stärker machen, wenn wir das Heideschwert ausrüsten können und dann vielleicht mal ein bisschen geschickt werden. Wohlzeit, im Prinzip ist es nur wegen den Blocken wichtig und jetzt haben wir ein Schild, weil ich meine, von der reinen Stärke her ist es genauso wie unsere Waffen. Guck mal, jetzt, glaube ich, sind wir bei 50% angelangt. Ja, sieht so aus. Ich kann jetzt nochmal gucken. Es kann sein, dass das Heidelitter-Schwert bessere Rüstungsdurchdringung hat und sowas noch. Ja, schade, dass die Hellebarde so viel Stärke braucht. Sonst wäre das nämlich so, eigentlich vom Moveset her nicht ziemlich coole Waffe. Ach, shit, ey. Wollen wir da wieder 1000 noch was sehen? Ja. Na, es läppert sich ja langsam. Nö, dann haben wir das, die wir doch bald durchgefahren. Wenn man diese ganzen Sachen verkaufen kann, das vielleicht müsste ich. Naja, in der Axis gab es ja die Möglichkeit, sich für ein paar zerquetschte Seelen, äh... Naja, vielleicht gibt Ringser-Himpsen mehr irgendwie. Ja, wenn es irgendwas überhaupt gibt. Naja, da hat es gemerkt, der Hinser-Himpsen mehr. Vorsicht, vielleicht kommt der andere von hinten. So, der ist tot. Da ist er auch schon. Äh, wie die, wie weiter die Brandbombe da vorne geboren hat. Das war wirklich nicht mehr, fast noch reingerollt. Der wird ja weit hinter mich geschnitten. Wo ist denn denn die Kinder? Also nicht in zwei Hände neben die Waffen, habe ich gemerkt. Dann trifft man ihn nicht. Nein, 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 mach doch! Jetzt kommt er weiter! Das sind die großen. Oh. So. Ist der hinter der mit den Brandbomben? Ja. Der zieht sich ein bisschen zurück. Ja, und so kann an eine Stelle, die man schon ein paar Mal gemacht hat, ohne große Probleme, plötzlich... Hast du weiß, dass du mit Bogen anvisieren willst? Wenn du mit Bogen anvisieren willst, musst du L1 unternehmen. Ey, da hab ich trotzdem traurig gerollt. Tja. Ja, das Feld, was sie treffen, ist Bastardschwert. Aber jetzt noch nicht gucken. Das Feld, was sie treffen, ist deutlich größer geworden. Auf jeden Fall. Wie man die Kamera, so dass du auf den Gruppen kannst du dir herkommen. Nicht, dass der gleich... Ne, ich glaube, der hat sich ja zurückgezogen. Ja, ja, wenn er da noch einer... Lieber hingucken, als wenn er plötzlich wen plötzlich ein Schwert im Rücken haben. So, okay. Kurzschwert durch... Kurzschwert durch... Heide-Ritter-Schwert... Bastardschwert... Stärker? Baut aber 20 Stärker. 20... Weil wir müssen echt noch mehr in Stärke sein. Ja, aber... Gehen wir nochmal aufs Bastardschwert bitte? Ja, gut, CC ist also jetzt nicht speziell auf Dechseln, nicht speziell auf... Na... Nichts mal die Beschreibung. Echt? Schwere Großhörer sind für... Ja, ist ein Großhörer, vorgesehen. Wird durch, weil sie in großen Bögen gesprungen und wirkt gegen mehrere Feinde, wobei solche Stärker haben wir allerdings den Angreifer umgeschützt lassen. Ne, also ein Großschwert, also auf jeden Fall nicht für uns. Ja, war mit. Also, dass wir 20 auf Stärker machen müssen, glaube ich nicht. Ne. So, jetzt müssten nur zwei, wo sind die andere hin? Vorsicht, er ist noch links, ne? Nur, dass du... Nein, ich hab doch ge... Locked! Das kann, er hat die Seelen ja eingesammelt. Ey, wie... So sterben wir jetzt hier! Ja, weil das der typische Dark Souls-Effekt ist. Man wird irgendwann nervös, kriegt schon Panik um die Seelen. Ja, das Problem ist auch, wir haben einfach zu wenig Leben mittlerweile. Ja, aber ich würd's halt ehrlich gesagt erst vorm Boss wiederherstellen. Ich würd jetzt nicht die Human Effigies raushauen, die... Ja, 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 ja. Da hilft jetzt nur besser werden. Ja, irgendwann sind sie eh alle tot, wa? Wenn wir noch ein paar Mal sterben, sind sie eh alle weg. Okay, also, ähm... Entweder sind wir die schlechtesten Dark Souls-Spiel der Welt, was ich ausschließen möchte. Ja. Obwohl es gibt Leute, die haben das nicht geschafft. Von daher sind wir zumindest nicht die allerschlechtesten. Ja. Ähm... Oder, dass es sehr viel leichter geworden ist. Es ist einfach stimmt nicht. Eine falsche Neuigkeit. Vielleicht ist es einfach so, dass wir uns einfach noch wirklich daran gewöhnen müssen irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Wer weiß. Ja, guck mal, das Leben sinkt nicht mehr weiter. Wir sind jetzt bei 50 Prozent. Das finden wir auch größteilsstärke Waffen. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Weil es an, wann man anweseln kann, ist jetzt muss man noch näher dran sein. Ja. Schleicht er vor sich hin. Schlauch. Zack. 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 Buchstaben. Nächste. Erst mal Ausdauer aufladen. Und ... ... summs, summs. Wenn man die Seelen erobert haben und überleben, dann gehen wir erstmal zurück. Bis sie was machen davon? Wir haben jetzt schon wieder 32. Wenn sie auch statt aufzulegen, wird das Schwert aufbessern. Wer auch. Ach so, genau. Wir waren noch gar nicht beim Spiel. Ja, wir haben ja auch noch nie mit Seelen zurück nach Majula. gefällt es echt besser hier einfach auf eine konfrontation zu gehen und jetzt ein bisschen zeit man hat auch so eine fette streitachs da irgend so eine kleine muss ja immer gucken ist hertha spiel ausgesang jetzt noch mal kann doch nicht so schwer sein jetzt runter ist ein taktik wird gleich hinterher springen weil ich immer gar nicht so nein so ist der erst mal doch das ist das schöne an geschicklichkeitswaffen was man wirklich viermal zuschlagen kann ohne dass die ausdauer alles und wir haben schon jetzt 2.500 wählen ein paar mal gestorben dann haben wir nicht mit dem raum da unten bis jetzt erreicht ja jetzt erstmal zurück würde ich sagen oder dann quetsch zählen noch nehmen dann haben wir schon mal so 5000 die wir ja investieren können ja ja wenn ihr sie jetzt wieder weg sind da unten kennen wir uns das so nicht so gut aus na gut wir sammeln immer auf dem weg hier hoch wieder 500 aber wenn wir jetzt immer sagen das ist noch nicht genug um zurückzugehen dann verlieren wir sie wahrscheinlich immer wieder an die türen nehmen die ist verschlossen aber auch nicht ein Satz den man sehr oft liest die sind achten ich bin die Leiter ist direkt neben der Hälfte haben wir sind und hohen um nachher schon nach der 1 gelobten Land 1 mal wieder müssen Uhr einbringen das ferne feuer naja wir sind zumindest mit etwas zählbaren mal zurückgekommen ja immerhin so was würde ich zu sagen erst was zum schmied erst mal zum schmied gucken mal so jetzt ist an der arbeit sehr schön hast du vielleicht eine belohnung unsere arbeit ist auch ich nehme meinen finger vom angriffsknopf das habe ich mir wirklich angewöhnt das seht ihr jetzt natürlich nicht wer darfst du zu machen sprich einfach die finger von ein knöpfen die finger weg von einem knöpfen um die griffe gewickelt so was kann er denn zum beispiel uns verkaufen ich denke unser skimitar ist es vielleicht doch gar nicht kaputt gewesen weil es scheint ja auch nur ist in gefahr ja da geht es dann erst so langsam kaputt wahrscheinlich ist glaube ich hatte auch mal ein oder irgendwie so ja das sind natürlich die zuschauer jetzt und sagen das wussten wir schon lange langschwert breitschwert 120 wer auf jeden fall sagen wir noch erst doch das ist sonst zu stechschwert die gelegen auch wir arbeiten 110 was cooles verletzte die verletzt die heutige feine und schnellen stößt auch beim kämpfen auf engen raum wirkungsvollen ach so ist auch so ein stück der schlusswert ja gut ich habe mir die streitkolben und schwer aber noch das ist falsch und muss ich sagen müssen wir gleich mal vergleichen mit unserem wappen ja so dann hat er hier noch in der mannheit und das ist so reparaturkulver anstelle aus und zieht an den scherm kann man bei ihm kaufen zehn stück aber auch nur zehn stück okay man muss sich echt gut überlegen was man ja okay jetzt würde ich mal gucken verstärken aber dann würde ich einmal besser gewesen genau erst mal noch mal ja 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 sehr gut so jetzt kann man mal vergleichen das falsch und hat 120 was hier ist unser skintar da noch eins nach oben als zur seite nach links nach links nach links alles passt das schwert ich habe 140 gesehen dass es hat hier 115 und das hier hat 110 das ist man schon wieder und außen das verletzt mit b ja es falsch und ist besser als hat die frage ist zu schlägt ja was die verband 1500 ausgeben will nur um es zu probieren würde ich jetzt nicht dazu tendieren ich würde dann eher das mit dem wird ja nehmen wir es als gemieter wer ist eigentlich so gerade auch hier irgendwo das ist nicht so gerade haltung hier dann hier da brauchst du an robustheit hier ah ja siehst du wenn es wenn es in gefahr ist ab da geht die robustheit weg ab da muss man es reparieren dann okay 40 das ist natürlich nicht viel das hat 60 jünger kurzschwert naja ja es stimmt das geht ja oder halt noch den einen auf stärke und das heide ritter schwert das hat 70 und kann ich wüsste es mal kurz aus mit zwei händen kann ja schon mal gucken wie es zuschlägt schlägt sich gut zu wird ja ich meine es kann jetzt war auch nur mit c aber ist sehr viel haltbarer ist der eine punkt was noch weniger schaden ne 115 und das macht 75 nur jetzt nicht gesehen dass es viel mehr schaden eigentlich schon na gut okay dann ist natürlich keine ja ja gut als kinder stärksten aber halt nicht so haltbar müssen wir aufpassen muss man jetzt weil sie gucken dass ich hier und wie viel hat das ja noch mal also entschuldigt bitte dass wir jetzt hier so ein bisschen müssen ein bisschen takti nachdem wir jetzt schon so oft gestorben sind ja 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 so hat 45 also fährt mehr fünf mehr schaden und fünf nirgends 200 200 kaufs ja ja kaum machen wir einfach mal ein stück ja jetzt hoffe dass das nicht komplett gescheuert und dumm war zu pflegt wozu aufleveln wir haben ein fältchen also ist 120 schaden hat 115 also schon mal ein bisschen mehr so und was ist das da unten noch oben wert wird hier noch besser blutungs effekt schön dann blutungs effekt und jetzt wirst du es mal aus der gucken mal okay das ist so ein so viel mal sprung angriff kann man nehmen und wenn angriff noch mal prozess dann würde ich sagen verbessern wie das ja kostet ist dann was zu verbessern ich meine es ist schon besser obwohl es noch nicht plus 1 ist ja ja wir schon wieder jetzt verstärken verstärken da ist es das für 490 und die titel titeln scherzlager zu 132 schaden und noch ein blutungs effekt morgen wochen wozu sehen und was noch mal machen 144 schaden da komme ich würde sagen wenn wir jetzt schon hier sind dann ja gut machen wir so so jetzt haben wir auch da 30 jetzt würde ich sagen gehen wir noch mal zum wie viel kostet unser level aufstieg sprich mit normalen vielleicht sagt er irgendwas interessantes noch er wird langsam ja wir dürfen nicht mehr so etwas sprechen die anscheinend auch aufweist vielleicht begegnen wir noch mal das stimmt ja das haben wir gerade getan ja einen rat gefolgt okay dann können wir gehen und mal kurz mit ihm noch mal reden so wärmt sich am bonn feiern ja hallo ja kann es weit weg machen was dauert und wir sind hier oder dort dann so moment wie kostet er noch mal aufsteigen 1100 ja ja so ich würde sagen da jetzt schon jetzt was ich um sind das machen wir offscreen einfach die seelen können wir schon mal er hat schon und dann sehen wir uns beim nächsten mal wenn es heißt grausig über durch den nicht gewendet hat auch schon das würde ich gemeinsam durchgelitten wenn wir wahrscheinlich mit unserem neuen schwer ganz schön die beiden nicht mehr natürlich jetzt geht alles das jetzt bergauf geschaffen und alles locker gut dann bis zum nächsten Mal also waren und erlaubt und ciao ciao